Eine zweite Chance im Endeffekt, um sich selbst freu zu bleiben. Eine zweite Chance auf Glück. Morgen, 20.15 Uhr auf Arte. Dienstag Intima. Opiumhaltige Schmerzmittel machen sich nicht über einen blühenden Zweig der Pharmaindustrie. Todesursache unbekannt über den fragwürdigen Einsatz von Psychopharmaker. Cannabis, der große Hype um Hanf. Über das lukrative Geschäft mit der Legalisierung. Nicht alles schlucken, lieber informieren. Dienstag, 20.15 Uhr, Intima. Und jetzt sind Sie unter den schönen, reichen Gästen einer Strandparty und mitten in der fünften Staffel von Mord in Midsomer. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2020. Und da gibt es Alkohol? Auf Samsem? Ja, ich glaube schon. Ich meine auf den Boden. Ich glaube erst 20, also... Und du bist 60? Du weißt wie es das ist in meinem Leben? Ich glaube ich so. So wie ihr früher. Wir sehen uns. Wiedersehen, Mannschaft. Wiedersehen, Mama. Es ist doch klar, dass er lieber mit seinen Freunden zusammen ist, als mit uns und den Nasser uns rumzusitzen. Aber erst ist das nicht gut. Ja, aber deswegen? Ja, doch. Komm, genau. Er ist groß genug, um aufs Glauben zu passen. Hey, ich hoffe, alles gut bei dir? Alles gut. Schön, dich zu sehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hoffe, alles gut bei dir. Ja, ich hoffe, alles gut bei dir. Ja, ich hoffe, alles gut bei dir. Ja, ich hoffe, alles gut bei dir.